Sag mal, eine Freundin von mir hat jetzt auch einen Hund. Und da haben wir uns gefragt, ist eine Hundeversicherung überhaupt Pflicht? Ein Hund? Das freut mich zu hören. Es kann aber zweierlei bedeuten, wenn wir von Hundeversicherung sprechen. Einerseits gibt es die Hundekrankenversicherung und dann gibt es die Hundehaftpflichtversicherung. Ah, okay. Und was von den beiden ist jetzt verpflichtend? Sehr gute Frage. Also, die Hundehaftpflicht ist derzeit in sechs Bundesländern Pflicht. Da muss deine Freundin sich einfach informieren, wie es bei ihr aussieht. Die Hundekrankenversicherung hingegen ist keine Pflicht. Ich würde sie deiner Freundin aber dringend ans Herz legen. Cool, danke für die Tipps. Und weißt du, wo ich noch mehr Infos dazu bekomme? Wenn du so viel Versicherungswissen bekommen willst wie ich, dann informiere dich am besten bei Helvetia. Und da habe ich beide Versicherungen abgeschlossen und ganz schön viele Vorteile bekommen.